Dankeschön und ich darf zu unserer nächsten Runde kommen. Wir haben jetzt einen Platzwechsel und werden nun Gelegenheit haben, mit drei Damen eine kleine Podiumsdiskussion zu führen und zwar aus ganz verschiedenen Aspekten. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie sich an die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter den Bildschirmen wenden wollen, bitte in die Kamera schauen mögen, aber sich natürlich auch mit mir und Ihren Kolleginnen auf diesem improvisierten Podium direkt unterhalten können. Wir spielen dann Fernsehen und Sie werden von unserer Regie entsprechend ins richtige Bild gesetzt. Ich darf Sie zunächst kurz namentlich vorstellen und woher Sie kommen und wenn Sie darüber hinaus noch weitere Erläuterungen dann geben wollen, sei das in Ihren ersten Statements, zu denen ich Sie dann einladen werde, auch entsprechend wahrgenommen. Also zunächst darf ich in der Reihenfolge sozusagen zu meiner Linken begrüßen, Frau Dulay Tünzschel. Sie kommt von der Wirtschaftsagentur Wien und ist dort im Thema, im Bereich des Gründerinnen-Services tätig und was das für ältere Menschen bedeutet, werden wir im Rahmen der nächsten Minuten gleich klären. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Gabriele Weiß. Frau Gabriele Weiß ist ein Stadtmensch. Sie kommt von der Organisation der Stadtmenschen. Was das ist und warum sie sich dort betätigt, werden wir auch gleich von ihr selber hören. Und an ihrer Seite darf ich begrüßen Julia Kremeyer. Liebe Julia, herzlich willkommen. Wir arbeiten in anderen Feldern auch schon zusammen. Du bist eine der GeschäftsführerInnen des Generationencafés Vollpension. Und dass das nicht ein Kaffeehaus wie alle anderen ist, werden wir gleich diskutieren und was das mit dem Thema Arbeit von älteren Menschen zu tun hat und nicht ein Vollpension, ein Hotel ist, werden wir auch gleich hören. Ich darf jetzt doch mit Ihnen beginnen. Gründen im höheren Alter. Was bedeutet das? Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen etwas über die Aufgabenstellung Ihrer Organisation und was Sie ganz konkret jetzt mit dem Thema ältere Menschen zu tun haben oder zu tun haben werden. Weil wir haben heute schon erläutert, es ist ein Zukunftsfeld für Organisationen, für Unternehmen und daher auch für jene, die Personen und Unternehmen in der Stadt zusammenbringen, wie die Wirtschaftsagentur. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke auch für die Möglichkeit, doch in dieser sehr spannenden Runde die nächsten Minuten mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Wie gesagt, ja, also Tüller-Tunschal, Wirtschaftsagentur Wien, Abteilung Startup Services. Ja, wir haben den Fokus auf das Thema der Unternehmensgründung, auf das Begleiten von Personen, wenn sie mit einer konkreten Idee zu uns kommen und diese Idee umsetzen möchten. Darüber hinaus fließen natürlich auch Förderungen in diverse Unternehmensstrukturen, damit die Unternehmen auch von ihren Zukunftsprojekten dann auch an ihrem Wachstum arbeiten können. Was hat das Thema mit uns jetzt zu tun und was wird das Thema womöglich auch in Zukunft mit uns zu tun haben? Ich denke, es ist vernünftig und es ist auch sehr schlau, dass jede Organisation, die sich in einer Stadt einbringt, sich auch mit gesellschaftspolitischen Veränderungen auch beschäftigt. Also das, was wir sehr wohl auch sehen, ist, dass die Gründerinnen-Szene ja nicht die ist, die es vor 10, 15 Jahren gegeben hat. Wir haben hier eine enorme Dynamik, wir haben hier unterschiedlichste Personengruppen, die Interesse bekunden, sich auch im Rahmen der unselbstständigen, beziehungsweise vor allem im Rahmen der selbstständigen Erwerbstätigkeit auch quasi den Lebensunterhalt abzusichern. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir immer am Puls der Zeit sind, vielleicht nur als ein kleines Beispiel. Wir haben 2015 ganz bewusst, nachdem die ersten Bilder der Flüchtlinge über die Bildschirme an die Bevölkerung herangetragen worden sind, uns auch ganz gezielt dafür entschlossen, auch Flüchtlinge im Rahmen unseres Beratungsangebotes einzuschließen und auch hier Beratungsangebote zu schnüren, die sie dabei begleiten sollten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wir hatten Recht, denn es hat keine zwölf Monate gedauert, sind schon die ersten Menschen aus Syrien gekommen und haben Interesse bekundet, in Wien ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wir sehen, dass auch innerhalb der Corona-Zeit relativ viele Menschen ab einem bestimmten Alter, sagen wir 50 plus, 60 plus, gesehen haben, dass womöglich der bereits existierende Arbeitsplatz doch nicht so sicher scheint. Und immer mehr Menschen haben sich womöglich an der Nase genommen und haben sich aufgrund der vielen Zeit, die wir doch alle phasenweise hatten, auch Fragen gestellt, was kann ich denn gut und wohin könnte ich mich denn entwickeln, um nicht hundertprozentig abhängig zu sein von einer Einnahmequelle. Wir haben relativ viele Anfragen auch bekommen von Personen, die in Richtung Pension sich bewegt haben, immer natürlich auch mit der Frage, was können sie denn nebenbei machen, was können sie dann zusätzlich machen, um das bestehende Wissen zu manifestieren, um auch in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Ich denke, dass diese Veränderung, die wir jetzt global hatten, relativ viele Menschen auch dahingehend bewegt hat, um sich selbst Fragen zu stellen, wohin die Reise gehen kann. Das ist auch der Grund, warum die Wirtschaftsagentur Wien auch Personen über 50, sicherlich auch einschließen wir dem Rahmen der Beratungsleistungen, die wir schnüren. Ausdrückliche Beratungsangebote für die Zielgruppe gibt es nicht, weil ja die Zielgruppe inkludiert ist in die bestehenden Beratungsangebote, die wir haben. Wir haben ja keine Altersbegrenzung und deswegen sind sie selbstverständlich immer mit gemeint. Aber das wäre, denke ich, als eine politische Antwort nicht ganz fair und auch nicht korrekt, weil man muss ja auch jede Zielgruppe, die man gezielt erreichen möchte, auch servicieren und versuchen auch diese Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen abzuholen. Und ich denke, dass das sicherlich auch eine Frage ist, mit der sich eine Organisation wie die Wirtschaftsagentur Wien sicherlich auch beschäftigen wird. Dankeschön für dieses Eingangsstatement. Das ist ja auch der Grund für unsere Veranstaltung heute, uns mit diesen Zukunftsaspekten auch auseinanderzusetzen und ein Stück weit dazu zu sensibilisieren, sich mit der wachsenden Gruppe der älter werdenden, Klammer auf Ex, Klammer zu Arbeitnehmer zu beschäftigen. Also den Babyboomern, die sei es als Mitarbeiter, aber auch als Führungskräfte oder selbst Unternehmer langsam in das Pensionsalter begeben und dass da die gesellschaftliche Diskussion und die daraus folgende wirtschaftliche Diskussion noch am Anfang einer Entwicklung steht, das ist uns allen klar, weil es sind ja auch noch nicht so viele Babyboomer in Pension, aber in diesem Jahrzehnt wird ein Großteil dieser statistisch genannt Kohorte in Pension sein. Also Zeit sich damit auseinanderzusetzen und ich sehe, es beginnt dieses Pflänzchen langsam zu wachsen. Wir werden darauf noch zurückkommen in den weiteren Diskussionen. Ich darf zunächst jetzt Sie, Frau Weiß, bitten, Sie sind bei der Organisation Stadtmenschen dabei. Was ist denn das überhaupt und warum sind Sie dabei? Also ich freue mich mal hier stellvertretend für sehr viele engagierte Stadtmenschen zu sehen und ein bisschen zu stehen und ein bisschen was zu erzählen. Kommen Sie vielleicht ein bisschen näher zum Mikro? Ja, danke. Ein Verein, wo in Sprechstunden über das sehr große soziale Angebot in Wien informiert wird. Zu uns kommen Menschen in Notlagen, die Hilfe suchen, die oft finanzielle Probleme haben, Probleme mit Wohnungen, mit Gewalt vielleicht oder auch nur sprachliche Probleme mit Formularen. Wir helfen Ihnen Formulare auszufüllen, Anträge zu stellen. Wir informieren über das soziale Angebot. Wo können Sie sich hinwenden? Wo können Sie Hilfe finden? Und wir haben dazu Unterlagen, die wir nachschauen können und wir versuchen so eben Hilfe zu stellen, Hilfe geben zu können für Menschen, die Hilfe suchen. Und das Angebot ist sehr niederschwellig. Früher war es vor Corona war es so, dass wir in verschiedenen Bezirken Sprechstunden hatten. Das ist jetzt leider nicht mehr. Jetzt gibt es nur eine Sprechstunde in der Zentrale mit Anmeldung. Früher war es, also anonym ist es noch immer, anonym und jeder kann kommen. Aber jetzt ist es halt mit Voranmeldung. Vorher war es wirklich frei. Man ist gekommen mit jedem Problem, das man hatte. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Und ich finde das sehr spannend, weil es doch etwas ganz anderes ist, als ich in meinem Berufsleben gemacht habe. Also dazu muss ich jetzt vielleicht sagen von mir persönlich, ich bin jetzt 63, ich bin im dritten Abschnitt sozusagen, seit drei Jahren und habe dann was gesucht für mich, was für mich passt. Ich wollte ganz einfach etwas Sinnstiftendes machen in der Stadt, in der ich lebe, in der ich gerne lebe. Und da bin ich zufällig über eine Freundin zu den Stadtmenschen gelangt. Ich habe da so einen kurzen Lehrgang gemacht, so einen Einführungslehrgang. Habe viele auch engagierte Menschen kennengelernt. Und vor allem über dieses wahnsinnig große Angebot, das die Stadt Wien bietet. Das ist jetzt nicht nur im öffentlichen Sektor, sondern auch viele private Vereine, die sich da sehr engagieren. Und das war für mich schon sehr neu. Und ich sehe dann wirklich, was für eine tollen Stadt wir leben und was es alles gibt. Und das war für mich wirklich interessant und was mich heute noch dabei bleiben lässt, damit zu tun. Sie sagen, Sie kannten viele dieser Angebote selbst nicht und haben sich eigentlich erst im Rahmen dieser neuen Tätigkeit damit auseinandergesetzt. Richtig. Worauf führen Sie denn das zurück, dass man da eigentlich so, wenn man es nicht braucht, gar nicht so viel weiß? Hat das miteinander was zu tun? Natürlich, würde ich jetzt sagen. Ich meine, ich war berufstätig bis zu meinem 60. Lebensjahr. Ja, ich hatte persönlich nie solche Probleme. Das hängt viel mit Glück zusammen, wahrscheinlich. Und man weiß oft gar nicht, welche Lebensläufe andere Menschen haben. Das war für mich wirklich auch ein neuer Zugang. Ich komme nicht aus dem sozialen Bereich. Und deswegen ist das auch ein Blick in eine Welt, die mir bis dato dann relativ fremd war, sage ich ehrlich. Aber es gibt diese Welt. Man darf die Augen nicht verschließen und man kann einen Beitrag leisten, um es ein bisschen besser zu machen. Das ist vielleicht die Motivation auch. Jetzt helfen Sie anderen Menschen auf eine gewisse Weise. Und was haben Sie eben davon? Für mich ist es auch persönlich, wenn ich das Gefühl habe, ich konnte weiterhelfen mit den Informationen und der Mensch geht weg. Man sieht ja oft die Menschen, wenn ihnen geholfen wird, dass sie erleichtert sind. Und das fällt auf einen zurück. Also ich gehe nach Hause und denke mir, ich habe heute jemandem helfen können. Das ist doch schön. Empathie muss man natürlich haben. Man muss auch auf Leute zugehen können, nachfragen können, eingehen können auf Probleme. Das hängt auch oft mit Sprachproblemen zusammen, wirklich sanft nachfragen. Und ja, es gibt keinen Leitfaden. Man muss halt dann offen sein und situationsbezogen dann noch reagieren können. Ich werde Ihnen noch einige Fragen stellen im Laufe unserer nächsten Runde, wie denn das genau abläuft. Ob man zum Beispiel in Pension sein muss, wenn man eine Stadtmenschin oder ein Stadtmensch werden wird. Aber ich möchte zunächst auch noch auf Julia Kremerer zu sprechen kommen. Liebe Julia, du betreibst mit deinen Kollegen eines oder zwischenzeitlich auch mehrere Cafés, die mit einem interessanten, vielleicht zunächst Experiment bekannt geworden sind, nämlich die Vollpension. Dort arbeiten junge und ältere Menschen zusammen, um letztlich einen ganz normalen Gastronomiebetrieb zu führen. Kannst du unseren Zuschauern vielleicht ein bisschen erklären, wie ihr auf die Idee gekommen seid, dieses Konstrukt ins Leben zu rufen? Beziehungsweise wie ihr euch dem Thema Arbeit für ältere Menschen in diesem Zusammenhang genähert haben? Ja, erstmals auch danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Vollpension zu diesem wirklich meiner Meinung nach zukunftswichtigen Thema Arbeit im Alter heute vertreten darf. Wir sind ein Sozialunternehmen und ich traue mir mittlerweile zu sagen, ich glaube, größter Arbeitgeber für Menschen in Pension in Wien auf alle Fälle, wenn nicht sogar in ganz Österreich. Die Vollpension ist eben einerseits ein Generationencafé, wo Alt und Jung gemeinsam arbeiten. Mittlerweile sind wir auch in die digitale Welt gewandert. Es gibt auch Backkurse von Seniorinnen und Senioren und im Kern steht immer der Kuchen von den Omas oder den Opas, die eben bei uns beschäftigt sind. Und der Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach, nämlich wer macht den besten Kuchen? Die Oma. Und wie kann man vor allem im städtischen Raum einfach einen Raum schaffen, wo Generationen zusammenkommen? Im Laufe der letzten Jahre, also das ist jetzt fast schon ein bisschen erschreckend, aber die Idee der Vollpension gibt es mittlerweile seit fast zehn Jahren. Also wir feiern nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Und dass wir wirklich speziell Arbeitsplätze für Seniorinnen schaffen, ist im Laufe der Zeit entstanden. Also es war zuerst der Kuchen und dann die Oma und nicht umgekehrt? Der Kuchen und die Oma. Aber dass es ein Thema gibt, nämlich speziell für Frauen, dass Frauen einfach, haben wir heute auch schon gehört, wenig Pension haben und sich dadurch einfach auch was dazu verdienen müssen. Das ist im Laufe der Jahre gekommen. Und deswegen sprechen wir eben auch speziell dieses Thema an, eben Altersarmut speziell bei Frauen in der Pension und eben auch das Thema Vereinsamung. Und um das eben ins Positive zu drehen und ich glaube, das ist das, wofür die Vollpension einfach steht. Wir sind ein Ort, wo gelacht wird, wo viel Lebenslust ist, wo auch hin und wieder gestritten wird. Also Generationendialog heißt ja nicht nur, dass man einer Meinung ist, im Gegenteil. Und das ist eben auch so dieses Experiment. Also wir sehen uns einfach als Experimentierraum für das und sind aber mittlerweile, eben haben aktuell 35 Seniorinnen und Senioren beschäftigt. Wenn sich jetzt jemand fragt, wie funktioniert das? Die bekommen ein Gehalt dafür, sind geringfügig angestellt, kommen entweder fünf oder zehn Stunden in der Woche arbeiten und werden dafür eben auch entlohnt. Also das ist ein gravierender Unterschied. Das möchte ich ganz gezielt hervorheben. Du hast das Wort Arbeitgeber zuerst angesprochen und das kann man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht genug betonen. Es geht hier nicht um freiwillige Tätigkeit und sozusagen das Hobby zum Beruf machen. Schon auch, aber es ist ein wirklicher Beruf. Es ist kein Hobby, das man in der Pension einfach macht. Es kann sich natürlich in der Persönlichkeit, in der Person überdecken, aber eigentlich hat sich bei euch die Arbeitgeber-Ebene stärker etabliert, als es vielleicht ursprünglich der Fall war. Oder wie hat sich das entwickelt? Ja, genau, das meinte ich eben vorher. Das ist einfach ein Prozess über die ersten vier, fünf Jahre. Mittlerweile wissen wir einigermaßen eben, wo wir da ansetzen möchten. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn eben dann Leute kommen und sagen, ah, die Seniorinnen machen das nicht ehrenamtlich eben. Nein, das ist ein Unterschied. Und ich glaube, es macht auch einen, ich sehe das bei unseren Seniorinnen, weil es ist eben ein Dienstverhältnis. Und durch dieses Dienstverhältnis, also da gibt es Dienstpläne, da gibt es eine App, die man braucht, damit man sich in die Stempeluhr einloggen kann. Also das sind einfach Systeme, die wir haben, damit der Betrieb funktioniert. Und so locken wir unsere Seniorinnen einfach. Also wenn man mit uns arbeiten will, dann muss man auch eine gewisse Offenheit mit sich bringen, eben auch weiterzulernen, was ja speziell eben in der dritten Lebenshälfte einfach auch wichtig ist. Der Herr Stieger nennt das die Vision, die man haben muss. Genau, dass man einfach dran bleibt. Und ich glaube, dafür steht die Vollpension. Kann es da auch zu einem sozusagen Konflikt kommen, weil das verwechselt wird, Freiwilligentätigkeit, ich bin in Pension, ich teile mir das halt ein. Und der Disziplin, die ihr als Arbeitgeber auch einfordert, beziehungsweise auch im Sinne des laufenden Betriebs einfordern müsst. Ja, ja, also das ist, das meinte ich. Also da gibt es natürlich viele Diskussionen, weil das, was wir auch sehen, dass Seniorinnen gerne flexiblere Arbeitszeiten haben. Also es ist eben schon anders. Und der Anspruch an den Arbeitsplatz ist eben schon auch, ja, ich möchte da auch mitreden. Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung und eigentlich ein ständiger Verhandlungsprozess, den wir miteinander führen, damit eben einerseits wirklich der Betrieb funktioniert, weil wir eben wirtschaftlich einfach, ja, funktionieren müssen und es aber gleichzeitig Arbeitsplätze sein sollen, die eben für alle passen. Wir haben ja als Titel für unsere Veranstaltung die etwas provokante Formulierung gewählt, Arbeit im Alter, Ressource, Zwang oder Selbstverwirklichung. Und vielen dieser Aspekte, die du jetzt vielleicht mit anderen Worten angesprochen hast, ohne die Seniorinnen und Seniorinnen könnte sie die Vollpension nicht führen. Richtig. Beziehungsweise nicht mit dieser Konstellation, die ja auch eine, wie sagt man, ein unique selling point ist, nämlich dafür bekannt zu sein, dass man mit älteren Menschen euer Business betreibt, das am Ende für die Besucherinnen und Besucher ein ganz normales Kaffeehaus sein soll. Egal, wie sich im Backoffice sozusagen die Organisation darstellt. Also ihr müsst mit Ressourcen sozusagen umgehen, wie man eben so sagt in der Wirtschaft, mit den Human Resources. Und wer müsste sie entsprechend einteilen, das hat ein bisschen an Arbeitsrahmen, um nicht zu sagen den Arbeitszwang, die Disziplin, die dafür erforderlich ist. Aber es bietet auch den Omas und Opa, wie es ihr als Arbeitsbezeichnung sozusagen habt, ja aber auch ein Stück weit dieser persönlichen Selbstverwirklichung, aber gegen Bezahlung. Also es kommen viele Aspekte und das freut mich natürlich sehr hier in eurer Tätigkeit zusammen. Eines, was ich jetzt von Ihnen allen dreien gehört habe, also auch danke dir mal für das Eingangsstatement, ist das Thema Wertschätzung. Es kam in verschiedenen Aspekten jetzt vor. Ich habe bei einer der vorigen Präsentationen gefragt, na wenn man jetzt so arbeitet im Alter, was ist denn da wichtiger? Dass man auch Geld kriegt dafür? Wie soll Freiwilligentätigkeit irgendwie monetär auch bewertet sein? Beziehungsweise war es nicht schön, wenn man auch einen Orden kriegen könnte? Wie würden Sie dieses Thema der Wertschätzung aus Ihren verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten? Wer möchte dazu was sagen? Also bei den Stadtmenschen ist es ja freiwillige Tätigkeit, Engagement, Ehrenamt. Die Wertschätzung, die ich bekomme, meinen Sie das oder die ich gebe? Also wertschätzend muss man natürlich den Klienten sein, sonst kann man das nicht machen. Also man muss vorurteilsfrei sein und auch eine gewisse Empathie haben, sonst kann man das nicht machen. Ich habe eine Frage auch bekommen zu dem Thema Stadtmenschen. Sind dort alle in Pensionen, die mitarbeiten? Und muss man das hauptamtlich machen? Nein. Also das Schöne bei den Stadtmenschen für mich ist auch wirklich die Freiheit, die ich habe, wie oft ich das machen will. Es gibt immer einen Monatsplan mit den Sprechstunden. Sprechstunden, da kann man sich einloggen und kann nicht sagen, ich mache zwei Stunden im Monat, drei Stunden. Es ist wirklich sehr frei. Und die Sprechstunden sind über den Tag verteilt, auch wochentags, also vier Wochentage und drei Stunden oder so unterschiedlich. Also es gibt tagsüber Sprechstunden, es gibt auch immer eine relativ am späten Nachmittag. Und das macht es halt dann, die Tagesfreiheit hat man halt, wenn man entweder in Pension ist oder vielleicht auch Student ist. Es gibt, also ich glaube, der Mehrheit wird sicher in Pension sein, würde ich jetzt mal sagen. Also da mussten wir vielleicht die Kolleginnen fragen vom Büro. Aber auch bei meinem Kurs, wir hatten viele junge, auch Studenten, auch noch im Arbeitsprozess befindliche Männer und Frauen. Also es ist schon gemischt, es sind nicht nur Frauen, es sind bei uns auch Männer, sehr engagierte Männer, muss man auch sagen. Aber die, die dann wirklich übrig bleiben, sind dann schon oft Frauen in Pension. Das lassen wir jetzt mal kurz so stehen. Ich möchte mich noch einmal an Sie wenden, Frau Tunschel. Sie haben zuerst gesagt, Sie haben sich jetzt noch nicht als dezidierte Zielgruppe mit älteren Menschen befasst, sehen dieses Thema aber sehr wohl am Horizont, was ja schon ein wichtiger erster Schritt ist. Wir haben heute am Vormittag von einer Kollegin von der Arbeiterkammer, von der Frau Mag. Weißensteiner, viele Aspekte gehört, die man berücksichtigen muss und sollte, wenn man rund um die Pension, vor der Pension, aber auch kurz nach der Pension als Individuum arbeitet oder arbeiten möchte. Eine der Fragen, die von Ihnen gekommen ist, ist, ist denn diese Selbstständigkeit, also ein Start-up gründen, in der Pension überhaupt möglich? Vielleicht nur kurz vorweg, wir haben jetzt, oder wir sind gerade dabei, dieses Projekt abzuschließen. Wir haben pilotiert mit der Zielgruppe 50+, gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien, haben wir ein EU-Projekt mit weiteren anderen europäischen Städten auf die Beine gestellt. Da ist es gerade auch um die Generationenfrage gegangen. Schaffen wir es, junge Gründerinnen-Teams, die in den Schulen fiktive Businesspläne erstellen, mit Gründerinnen 50+, zusammenzubringen, um einfach zu schauen, wie können denn diese beiden Generationen voneinander lernen? Nein, weil ich glaube, dass beide Seiten sehr viel voneinander mitnehmen können. Und wir scheitern natürlich auch immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen. Zum Teil natürlich auch, wenn es um die Frage der Erreichbarkeit geht. Also, welche strukturellen Plattformen gibt es überhaupt, Menschen zu erreichen? Oder Menschen überhaupt auf die Idee zu bringen, sich auch optional selbstständig machen zu können? Die Frage, darf ich mich überhaupt selbstständig machen oder nicht machen, ist eine Frage, die müsste man natürlich auch aufgrund der eigenen Einkommensrealität sich denn genauer ansehen. Wir wissen, dass relativ viele Frauen, Jule, du hast es auch angesprochen, aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit vor der Pensionierung immer noch auf die Ausgleichszulage angewiesen sind, was natürlich Einkommensminimum bedeutet. Für viele Frauen vor allem bedeutet es auch Armut, wenn sie in Richtung 60 plus gehen. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft sich sicherlich vor dieser Realität überhaupt nicht verstecken darf. Es gibt ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren ja immer wieder die Einkommensdebatte, die dann, wenn es dann wirklich ernst wird mit 60 plus, dann so richtig spürbar wird, ob man überhaupt in dem jeweiligen Winter heizen kann oder sich die Miete leisten kann. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu der Frage der Wertschätzung. Ich denke, dass man Wertschätzung auf unterschiedlichsten Ebenen natürlich zeigen kann. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich überwiegend freiwillige Arbeit weiblich ist, würde ich eher meinen, dass es absolut okay ist, wenn quasi der Arbeit, die man leistet, auch eine bestimmte Entschädigung dem gegenübersteht. Weil einfach dieses Permanente, sich damit zu committen, zu sagen, ich passe auf die Kinder auf, ich führe den Haushalt und all diese Dinge sind ja auch Gratisarbeit, die die Frauen auch ein bisschen gemäß ihrer Sozialisierung sowieso ihr Leben lang machen und auch selbstverständlich machen. Glaube ich, ist es absolut okay, sich auch die Frage zu stellen, ob man freiwillige Arbeit sehr wohl auch mit der Frage der finanziellen Entschädigung auch mitdebattieren kann oder auch muss. Das ist womöglich jetzt mein Blickwinkel aus der Wirtschaftsperspektive. Wenn wir uns international ein bisschen umschauen, dann sehen wir gerade Frauen, aber auch Männer, ältere Menschen werden auch in der Gesellschaft aus den zwei Gesichtspunkten bewertet. Ich sage jetzt bewusst das Wort bewertet. Nämlich, ob sie ein Problem sein werden, wenn sie entweder jetzt oder auch in Zukunft noch vermehrt Pflegebedarf brauchen und was das für die Gesellschaft bedeutet. Da wissen wir aber, zum Beispiel in Wien ist die Gruppe 80 plus 5 Prozent, 85 plus nur 2 Prozent der Bevölkerung aktuell. Es wird sich ein bisschen ändern, aber anteilig wird es sich gar nicht so viel verändern. Und ob sie im Arbeitsmarkt noch bleiben sollen, also länger arbeiten sollen, als es heute der Fall ist. Also aus diesem Aspekt werden momentan auch international gesellschaftlich ältere Menschen betrachtet. Sind sie noch eine Arbeitskraft oder kosten sie der Gesellschaft einen Aufwand und eine Erfordernis, zum Beispiel für Pflegekräfte, wenn sie dann Pflegebedarf haben. Und diese Zeit dazwischen, die ja noch so gewinnbringend verbracht werden können, sowohl für einen, inhaltlich und monetär, so wie wir gehört haben, die kommt gar nicht vor. Wie sehen Sie das in der Wirtschaftsagentur? Also ich glaube, man darf überhaupt nicht ausblenden, dass sich die Arbeitswelt jetzt gerade extrem verändert. Also die Diskussionen, die ihr jetzt im Rahmen eurer Tätigkeit mit dem Personal führt, hat aus meiner Sicht wenig mit dem Alter zu tun, als mit dem Faktum, dass die Menschen viel mehr dazu neigen, flexibler zu sein, sich die Zeiten so einzuteilen, wie es einem besser reinpasst in den Ablauf. Ich bin unglaublich nachtaktiv. Meine besten Texte schreibe ich mitten in der Nacht, würde mein Arbeitgeber ein Problem damit haben und müsste ich manche Dinge zwischen 9 und 14 Uhr liefern, weiß ich nicht, ob die Qualität so gut wäre. Also ich glaube, man muss sich natürlich auch dieser Veränderung auch stellen. Ich glaube nicht, dass es immer um die Frage geht, wie können wir denn diese bestimmte Zielgruppe in das bestehende System integrieren. Ich glaube, es geht vielmehr um die Frage, welche Bedürfnisse haben unterschiedliche Zielgruppen in unserer Arbeitswelt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen sie mit und wie können wir Strukturen und Mechanismen so verändern, dass man sie dort erwischt oder dass man ihnen einfach dort Räume anbietet, wo sie am besten einsetzbar sind. Jetzt sprechen Sie aus der Sichtweise der Vermittlung oder der Organisationen auch ein Stück weit stellvertretend. Frau Weiß, wie sehen Sie denn das als eine der Personen, die jetzt für uns quasi pass pro toto dasteht, als jemand, der dann dort in dem Zusammenhang arbeiten würde oder jetzt schon arbeitet? Bedeutet Ihnen Flexibilität jetzt etwas im Rahmen Ihrer Tätigkeit? Absolut, genau. Das Flexibilität ist sicher ein wichtiger Punkt. Wobei ich auch sage, diese freiwilligen Arbeit, die ja wichtig ist und viele Vereine könnten ja gar nicht überleben, wenn sie nicht die Freiwilligen hätten. Also wenn die die bezahlen müssten, das wäre ja nicht finanzierbar. Also ich finde, das ist ganz... Na, aber ist das gut so? Ist das eine Dauerlösung? Also gerade unter den Aspekten, die ich gerade höre, Altersarmut bei Frauen... Ja, natürlich. Das stimmt schon. ...Veränderungen in der Arbeitswelt, gesellschaftliche Veränderungen. Uns sagt die Gesellschaft, ihr sollt alle arbeiten bis 72. Also junge Leute wie Sie haben eine ganz andere Arbeitslebenerwartung, als meine Generation aus selber Babyboomer es noch hatte. Wie geht man denn mit diesem sich entwickelnden Gap um? Das wird die Frage sein. Also ich persönlich kann sagen, ich mache das wirklich freiwillig und ehrenamtlich, aber das ist halt meine persönliche Situation. Und das kann, das ist für jeden ganz individuell, muss das eingeschätzt werden. Es gibt sicher auch, wie bei euch, dass die das machen, also auch gerne machen wahrscheinlich, 15 Stunden, aber auch natürlich, damit sie auch Geld verdienen. Das ist schon ein sehr weibliches Problem. Das ist mir sehr bewusst. Und dass ich da in einer sehr glücklichen Situation bin, das weiß ich auch. Aber umso wichtiger ist es für mich, dass ich das eben mache, weil ich es gern mache und ich finde es auch sehr sinnvoll, was ich mache. Es ist ja nur ein kleiner Teil. Aber offensichtlich ist es Ihnen auch möglich, diese für Sie wichtige Flexibilität auch wahrzunehmen, was ja, Julia, du hast es angesprochen, bei euch nicht so selbstverständlich ist. Wie weit sind denn eure Omas und Opas, und das meine ich sozusagen jetzt als Arbeitstitel, so ist es ja auch bei euch ausgemacht, dass egal, ob man selber Kinder oder Enkel hat, das ist der Arbeitsposition, der Arbeitstitel ist ein Oma oder ein Opa oder eine Oma in der Vollpension zu sein. Wie ist denn eure Sichtweise oder eure Erfahrungen mit diesem Konstrukt Freiwilligkeit, Erwerbsarbeit, sind denn alle darauf angewiesen, die bei euch arbeiten, sich einen Zuverdienst sozusagen zu suchen? Kann man bei euch auch mehr als geringfügig arbeiten? Das sind ja lauter Konstellationen, die jetzt entfließend in die Arbeitswelt so hineinrutschen und immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also die genaueren Titel sind Back Oma, Back Opa oder Oma und Opa vom Dienst. Also um das nochmal kurz aufzugreifen. Ich glaube, es kommen mehrere Ebenen zusammen, nämlich auf das würde ich gerne nochmal zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Also ich glaube, wir müssen uns einfach lösen von dem Bild, eben jemand arbeitet und dann kostet er der Gesellschaft etwas. Das, was wir machen, ist eben dieses Verschwimmende. Also es gibt eben nicht den harten Pensionseintritt und Übergang, sondern ich bin eben noch weiter tätig. Also unsere sind alle zwischen 60 und 75, sage ich jetzt mal. Also genau dieses Alter, wo man eben sehr wohl noch irgendwie aktiv sein kann. Aber formal in Pension ist. Aber formal in Pension, genau. Ich sage jetzt mal 95 Prozent. Wir haben jetzt mittlerweile auch ältere Arbeitnehmerinnen, die kurz davor sind. Also so sprich 58, 59 Jahre, die aber keinen Job mehr finden. Also wir bewegen uns das auch in ein Feld, weil wir einfach schauen wollen, ja, es geht ja nicht nur um Seniorinnen und Senioren, sondern einfach generell um ältere Menschen, die einfach am Arbeitsmarkt keinen Platz mehr bekommen. Genau, also das ist das eine. Und ich glaube, als Organisation und das hat so die unternehmerische Sicht. Und bei uns ist das einfach die Entscheidung, dass wir eben sagen, wir wollen das so organisieren. Weil natürlich, also wenn ich jetzt rein wirtschaftlich denken würde, würde ich mir nicht für fünf Stunden Leute hereinholen, weil der Verwaltungsaufwand ist einfach so massiv, das rentiert sich nicht, ja. Bei uns ist das was anderes, weil das ist Kern von unserem Geschäft einfach, genau. Also wir wollen das einfach so. Und deswegen glaube ich eben auch, das ist einfach ein generelles Thema. Die Arbeitswelt verändert sich einfach massiv, die Gesellschaft verändert sich massiv. Und eben jede Person individuell und jede Organisation muss für sich dann festlegen, wo möchte ich mich positionieren. Und für uns ist einfach ganz klar, dass wir glauben, das Thema ist ein wichtiges. Wir wollen das Thema altern, einfach Rollenbilder aufbrechen. Deswegen stehen wir halt dafür. Vielleicht ein bisschen über den unmittelbaren Tellerrand der Vollpension, im wahrsten Sinne des Wortes, dort gibt es ja viele Teller, sozusagen Kuchenteller, hinauszublicken. Meinst du, dass euer Arbeitsmodell ganz grundsätzlich geeignet ist, auch für einen breiteren, also Inspiration für andere Branchen eventuell zu sein? Vielleicht schaue ich euch da beide an, von Seiten der Wirtschaftsagentur und du als Vertreterin von Arbeitgebern. Ist das ein Modell für die Zukunft, so heute noch genannt Social Business? Vor oder später wird vielleicht der Begriff von Social wegfallen, weil es für ältere Arbeitgeber eine neue Gesamtkonstellation geben muss. Und wie stellt man sich dann als Person dazwischen? Vielleicht könnt ihr beide sozusagen noch dazu was sagen und sie das aus der Individualsicht noch ein Stück weit ergänzen. Vielleicht ganz kurz, wir haben letztes Jahr auch eine Studie zu dem Thema gemeinsam mit Deloitte gemacht, die hat sich Senior Hiers genannt, um eben genau herauszufinden, was ist, also warum wollen ältere Menschen arbeiten und auch was sind gewisse Hürden einfach von Unternehmerseite. Und ja, herausgekommen ist da ganz klar, also es ist nicht nur das Geld, sondern eben auch sehr stark die sinnstiftende Tätigkeit und das eben speziell in Bereichen der Gastronomie und Dienstleistungsbranche. Also ich glaube einfach, dass dieser Bereich sich perfekt eignet für eben ältere Arbeitnehmerinnen, weil der genau das verbindet, ich verdiene mir etwas dazu und ich habe Kontakt zu Menschen. Also ich glaube, das ist auch was, was uns alle schon sehr verbindet, also weil man sucht ja den Kontakt zu Menschen. Ich will ja nicht dann zu Hause sitzen und vereinsamen, sondern ich brauche die Menschen. Also ich glaube, dass die Zukunft ist sehr wohl, das wird mehr zusammenwachsen. Das wäre einfach auch ein Wunsch, dass das Modell eben geringfügige Beschäftigung mehr wird. Genau, also das, was Startup-Teams zum Beispiel auszeichnet, ist, dass ein Startup-Unternehmen, wenn es gegründet wird, immer darauf schaut, dass die Personen, die in diesem Unternehmen drinnen sind, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Der eine ist der IT-Genie, der andere kann gut mit Menschen und der andere kann das Produkt womöglich sehr gut verkaufen. Oft ist es aber auch so, dass womöglich die zusätzliche Komponente, also vielleicht mit Lebenserfahrung womöglich auch, und ich denke jetzt sehr stark an ältere Unternehmer, die in Pension gehen. Also schon Kontakte, Netzwerke, das ist etwas, was heutzutage eher mit dem Investor ein bisschen so passiert oder mit dem Business Angel passiert. In der Regel sind das ja auch ältere Personen, die im Unternehmensbereich relativ viel haben. Genau, die auch das Geld natürlich kumuliert haben über die Jahre hinweg. In Wirklichkeit ist es ja auch die Aufgabe des Business Angels, seine Erfahrungen, seine Lebenserfahrungen mitzubringen, seine erworbenen Netzwerke mit hineinzubringen. Und ich denke, dass es schon noch wichtig wäre, gerade auch in dem Bereich daran zu denken, im Rahmen von mehrköpfigen Unternehmensgründungen auch an diese Aspekte den Fokus auch zu richten, weil einfach hier Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgebracht werden, die man sich nicht in einem Kurs aneignen kann. Ja, also das funktioniert womöglich mit relativ vielen anderen Skills, dass man sich das über ein Studium aneignet, aber viele Dinge kann man sich partout einfach nicht aneignen. Und deswegen ist das relativ smart, durch diesen sehr, sehr langen Weg, der man einfach natürlich auch als Gründer geht. Es sind auch relativ viele Durchstrecken dabei. Es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen sich in der Gewinnzone bewegt und dann an einen Exit dann auch in Richtung Amerika dann denkt. So ist es ja nicht. Das sind quasi neue Bilder, die in der Wirtschaftswelt sehr, sehr gerne gezeigt werden. Das ist es nicht. Das wisst ihr ja auch als Unternehmen. Es ist ja auch unglaublich viel harte Arbeit dabei, was auch darum geht, Menschen womöglich im Boot zu haben, die einem dann womöglich auf die Lebensrealität noch einmal runterzuholen. Und das wäre womöglich auch ein Appell an die Gründerinnen-Szene, nicht nur auf solche Skills zu achten, sondern auch auf weitere Skills zu achten, um hier womöglich auch quasi längere Marathonstrecken laufen zu können. Frau Weiß, wenn Sie sich das jetzt anhören, sozusagen, was die Zukunft der Arbeit skizziert wird von Ihren beiden Podiumskolleginnen, wie horcht sich das für Sie an? Vielleicht können Sie dann noch einen Punkt dazu sagen, bevor ich Ihnen gemeinsam noch eine Abschlussfrage stellen werde. Also das Modell, das ihr dann vertretet, ich gründe ein Unternehmen, das heißt, ich muss mich ja dann voll engagieren, quasi 40, mehr Stunden als 40 wahrscheinlich. Also ob man das will, weiß ich jetzt nicht, wer das will. Und vor allem, warum macht man? Macht man es, um sich zu verwirklichen? Macht man es, um Geld zu verdienen? Das sind verschiedene Motivationen, die man dann wahrscheinlich hat. Ja. Und bei euch ist es ja so, ihr seid ja quasi ein Unternehmen, ihr müsst Geld verdienen, das ist jetzt nicht vielleicht gewinnorientiert, aber ihr müsst zumindest euch selbst erhalten können. Aber wir verkaufen ja nichts. Wir leben ja von Unterstützung und Förderungen und Spenden, und wir verkaufen ja keine Informationen. Wir geben die ja her, die wir haben, und das kann man, glaube ich, gar nicht so vergleichen. Also Sie verkaufen ohne monetären Beitrag sozusagen Informationen. Also verkaufen jetzt ein bisschen... Wir haben keine Einnahmen. Unter Anführungszeichen gesagt, aber es ist auch ein Weitergeben von weitesten Sinne einer Dienstleistung, weil der Begriff vorher gefallen ist, dass das auch eine Zukunft sozusagen der Arbeit sein wird, gerade für ältere Menschen im weitesten Sinne der Dienstleistung. Quasi diese Lücken, will ich gar nicht sagen, aber eben Slots für sich zu finden, sei es die dem Unternehmen, aber auch der Person selbst zugutekommen, um gemeinsam sozusagen ein Produkt, sei es Beratungsprodukt, Information oder eben auch tatsächlich einen Kuchen zusammenzubringen. Vielleicht noch eine zusammenfassende Frage, die aus Untermentimeter-Fragen gekommen ist, die anregt, statt dem Wort Arbeit in dem Kontext, in dem wir gerade diskutieren, das Wort Beschäftigung zu nehmen, weil Arbeit sozusagen ja manchmal so negativ konnotiert ist. Gerade auch Aspekte, die wir in vorigen Vorträgen heute am Nachmittag gehört haben, wo quasi das Arbeitsthema, na, wenn ich dann nicht mehr arbeite, na, Gott sei Dank, die Pension so auch ein bisschen als sozusagen Regenbogen- oder Einhorn-Thema wahrzunehmen. Und das Wort Beschäftigung mehr Spaß und Freude vermittelt als das harte Wort Arbeit. Wie würden Sie sich dazu stellen? Ist das in der Pension dann eher eine Beschäftigung oder eher eine echte Arbeit? Meine Tätigkeit ist keine Arbeit. Das ist ein Engagement, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde es nicht als Arbeit bezeichnen, für mich. Ist es Erwerbsarbeit oder Arbeit? Also das ist halt so mal die erste Differenzierung. Aber Beschäftigung, ja, natürlich ist es das. Aber ja. Semantische Diskussion und Sie, glaube ich, sind Arbeit nicht negativ. Überhaupt nicht. Sehr individuell, glaube ich. Ja, ich meine, ich gebe schon der Person, die das geschrieben hat, recht, weil Sprache ist ja mächtig. Und durch Sprache entstehen ja auch Bilder in den Köpfen der Menschen. Und ich glaube schon, dass es auch darum geht, womöglich auch dort anzudocken, wo die Menschen eher positive Bilder in ihren Köpfen entstehen lassen. Und deswegen, also ich nehme das heute mit, dass das Thema Arbeit oder das Terminologien wie Arbeit womöglich in diversen Zielgruppen eher negativ konnotiert sind und dass es sicherlich auch Sinn macht, womöglich mit Begrifflichkeiten zu arbeiten, die positivere Emotionen entstehen lassen. Aber vielleicht nur, um einen Aspekt anzusprechen, der mir trotzdem im Rahmen dieser Debatte sehr, sehr wichtig erscheint, sind ein bisschen so die Parallelen zur Frauenwelt. Wir haben ja gerade bei Frauen natürlich auch immer wieder das Thema, machen sich Frauen auch selbstständig? Ja, wir haben das Thema Empowerment bei Frauen immer wieder auch im Rahmen von diversen Diskussionen immer wieder auf der Tagesordnung und trauen sich, dass die Frauen überhaupt zu, dass sie in Richtung Selbstständigkeit gehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade bei dieser Zielgruppe, die wir heute besprochen haben, Parallelen gibt. Im Sinne von, kann ich das überhaupt? Traue ich mir das überhaupt zu? Schaffe ich das? Keine Frage der Organisation. Also da geht es jetzt weniger um die Frage des Zuverdienstes und all den Dingen, die rundherum passieren, sondern wie werde ich denn überhaupt mich als Unternehmer oder Unternehmerin positionieren können etc.? Und ich glaube, dass es sicherlich auch Sinn macht, in Richtung Empowerment, auch bei der Generation, bei der Zielgruppe auch zu denken, um einfach Stärken, die da sind, noch mehr zu manifestieren, damit man womöglich auch Menschen bewegt, mehr aus ihrem Leben zu machen. Und in der Regel sind das ja keine Individuen. Oft sind das ja Menschen, um die herumstehen, ja auch viele andere Menschen auch noch. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, hier auch in Richtung Empowerment ein bisschen zu denken. Ich darf Sie vielleicht abschließend bitten, jede ein, zwei Sätze noch zu sagen, wie, wohin für Sie das Thema Arbeit im Alltag geht. In Richtung wertvolle oder, Fragezeichen, überflüssige Ressource, Zwang, wir müssen länger arbeiten oder doch das Thema der Freiwilligkeit, der Selbstverwirklichung, der Beschäftigung. Vielleicht, wenn Sie in der Reihenfolge, Jule, wenn du vielleicht beginnst, dir dann noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich sage vielleicht noch ein paar Minuten zum Nachdenken. In welche Richtung soll es denn gehen? Vielleicht ganz spontan. Meinen Sie jetzt für den dritten Lebensabschnitt? Für den dritten Lebensabschnitt, ja. Also nicht generell. In welche Richtung geht unsere Gesellschaft unter dem heute diskutierten Aspekt? Ich sage das, was ich mir wünsche, weil das wünsche ich mir auch für mich selber, dass es Richtung sinnvolle Beschäftigung und Zugehörigkeit einfach geht. Also wenn ich mal hoffentlich 60, 70 bin, dann will ich, oder auch 85, will ich im besten Fall noch genauso wie der Herr Stieger hier dastehen und meine Vision mit anderen Menschen teilen. Und ich glaube, das wünsche ich mir. Okay, danke, Julia. Frau Weiß? Also ich möchte nicht so auseinanderdividieren zwischen vor 60 und nach 60. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin derselbe Mensch. Ich fühle mich auch nicht anders. Und darum ist, ja, also, und sinnvolles Weitermachen, ich habe vorher was Sinnvolles gemacht, halt, wo ich Geld verdient habe. Jetzt mache ich auch was Sinnfaches, freiwillig. Für mich ist das gleichwertig. Ich möchte das gar nicht bewerten. Also was ist besser? Was ist sicher? Ich muss Geld verdienen und jetzt muss ich es nicht. Aber an sich ist die Tätigkeit genauso sinnvoll, wenn nicht vielleicht sogar sinnvoller. Das Wort Sinn kommt jetzt schon öfter vor. Finden Sie das auch? Eigentlich eine wirklich, ich glaube, die schwierigste Frage, die heute gestellt worden ist. Muss es euch ja nicht leicht machen. Ja, ich meine, das macht ja relativ viel mit unserem Leben aus. Also ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass Menschen aufstehen, zur Arbeit gehen, Geld verdienen, die Mieter zahlen. Also ich glaube, dass Strukturen, die wir vorgegeben sind und die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Ich glaube, dass es schon auch an der Zeit ist, sich Fragen zu stellen und auch Systeme umzukrempeln. Wir haben das gerade noch einmal zurück zu Corona gesehen. Es ist möglich, zu Hause zu arbeiten. Ich glaube, die Diskussion hätten wir uns vorher nicht einmal getraut zu geben. Also man sieht, wozu wir alle als Gesellschaft fähig sind und bereit sind zu tun und wie motiviert und engagiert die Menschen trotzdem bei dem bleiben, was sie tun und hier auch die Qualität der Arbeit nicht nachlässt. Also deswegen plädiere ich eher dafür, dass man da effizientere Systeme in der Arbeitswelt versucht zu etablieren, um auch auf die Ressourcen zurückzugreifen, die die Menschen als Individuen mitbringen. Also dieser Wunsch, glaube ich, ist ein sehr gutes Schlusswort und eine gute Zusammenfassung für unsere Diskussion. Meine Damen, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre wertvollen Beiträge, Ihre Erfahrungen und auch die Zukunftsstatements, denn darum geht es. Wie können wir alle miteinander als Gesellschaft in dieser Stadt auch die Arbeitswelt gestalten, sowohl von Seiten der Arbeitgeber, der Unternehmen, aber ganz besonders für die Wienerinnen und Wiener, die jetzt am Rahmen der Ende ihrer Erwerbstätigkeit, der regulären Erwerbstätigkeit stehen und Schritt für Schritt in diesem Jahrzehnt in den heute mehrfach schon angesprochenen Ruhestand, der ja keiner sein wird, gehen wird. Als Seniorenbeauftragte und nicht nur als Moderatorin in dieser Rolle bedanke ich mich bei Ihnen allen, aber auch als Seniorenbeauftragte der Stadt Wien freue ich mich, dass heute so viele Aspekte zur Sprache gekommen sind. Und aus meiner Sicht ist das Motto dieser Veranstaltung sehr gut in seinen Facetten auch diskutiert worden und es gibt mir Hoffnung, dass wir auch in Zukunft, gerade was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass sich die Gesellschaft weiter mit dem Thema befassen wird. Also eine heutige Veranstaltung ist das eine, darüber theoretisch zu sprechen, aber es wird die Gesellschaft nicht umhinkommen, sich mit diesem Thema aus reiner Quantität, denn die Babyboomer sind viele, auseinandersetzen zu müssen. Vor diesem Hintergrund darf ich mich als Moderatorin, aber als auch Seniorenbeauftragte der Stadt Wien ganz herzlich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit für bei unserem 15. FSW-Expertinnenforum bedanken. Es war ein Experiment, es online zu machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben interessante Aspekte heute gehört und können Sie weiter mitnehmen. Zum Nachlesen und zum Nachschauen gibt es die heutige Veranstaltung auf unserer Website www.seniorinwien.at. Ich würde mich freuen, Sie im kommenden Jahr beim 16. FSW-Expertinnenforum wieder in Präsenz, im richtigen Leben unter Anführungszeichen im Wappensaal des Wiener Rathauses begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, passen Sie auf sich auf, gerade in Zeiten wie diesen und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr beim 16. FSW-Expertinnenforum. Vielen Dank. Vielen Dank.